So, verschwitzt und verrotzt zehn Kilometer hinter mir. So, verschwitzt und verratzt zehn Kilometer. So, verschwitzt und verratzt zehn Kilometer. So, verschwitzt und verratzt. Und auch die speziellen müssen heute auch nochmal sein, extra hier für die Kamera. Normalerweise würde ich das nämlich nicht machen, bin kaputt wie Sau. So, ich weiß nicht. So, die scheiß 20 Stück auch noch absolviert. So, wenn schon diese Kamera-Dinge, dann ziehe ich auch noch die 50 an diesem Fitmax 5 hier durch. Und da wird es, wie ich schon mal sagte oder schrieb. Und da wird ein echt, vor allem gegenüber den vielen anderen Scheißern angeboten wird, ein echt effektives Ding, um die Bauchmuskeln ordentlich hinzukriegen, ordentlich zu definieren. Und davon muss man sich einteilen. Und je nachdem, ich habe es jetzt natürlich an der höchsten Stufe alles schon mittlerweile, kann ich mit weniger anfangen. Und auch mit weniger Stück, ich mache immer 50 Stück, je nachdem, mal eine halbe Stunde, viele Stunden später und manchmal auch nacheinander, manchmal auch am Tag verteilt. Entweder 300 und in Spitzenform 500 am Tag, sodass ich auf 15.000 im Monat komme. Man hat hier dann auch noch eine Hügel gemacht. Man hat die 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 Hügel gemacht. Das war's. 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 So. Und jetzt geht's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.